So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Uncharted 2. Ich bin der Fanggemer. Und es gibt jetzt hier nur einen Ausweg, das haben sie uns gesagt. Und wir gehen wieder runter. Das ist nicht gut. Mist, wir sind direkt an Jeff und Elena vorbei. Wir müssen zurück zum Eingang. Oh. Oh. Oder? Okay. Ja, das ist mein Lieber. Ja, das ist mein Lieber. Ja. 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 Oh Oh Das ist unsere Chance Nichts wie raus hier Los, Beeilung Ah ja 500 haben wir nicht mehr Achtung Oh 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 Headshot, Bitch Oh 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 In Ordnung. Los geht's. Die. Wie geht's mit den Zweigern? Er ist die Einsteil. Das schild ist geil. Das schild ist geil. Los geht's Alter, keine Waffe Halt jetzt sicher wieder die Granate Oder auch nicht Schuss, Schuss, Späte, Leimann Okay Boah, Mixer. Hey, weg von ihm! Ich glaube, die Luft ist rein. Los! Oh, Mist. Wo sind sie? War klar, dass das passiert. Oh. Ich wörst du ihn. Ich habe ihn nicht. Warte! Scherzinnen! Ah! 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 Vorsicht! Was ist das? Oh, du fühlst nicht mehr Kraft, ja. Nein! Wir müssen schnell weiter. Er kann nicht. Ich bin okay. Lass sehen. Okay, das wird schon wieder. Okay. Kannst du stehen? Ich glaub schon. Okay, komm, ich helf dir. Nein! Nein, 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 lass sie. Die Kamera ist hin. Und auch. Nate. Er schafft das schon. Stimmt's, man? Okay, komm, mach die Tür auf. Er schafft das niemals. Er muss hierbleiben. Was? Nein! Endlich die Tür auf, Chloe. Du bringst uns doch alle um. Okay, auf geht's. Los, los, Nate. Ich geb euch weg und... Ah, da rein. Gut, hab ich hier bestätigt. Los! Elena, verabbel in die Tür! Ich hab's. Komm schon! Nate, das schaffen wir nicht. Weiter! Der Typ ist wirklich ein Klotz am Bein, Alter. Ich kann nicht aufnehmen, die Munition. Gut, da muss ich echt die Mädels das machen lassen. Was? Oh! Du packst das! Du packst das! Beide Sorge, Jeff. Du packst das! Nicht aufgeben! Oh, Mist! Pass hier lang! Leute, beweg dich, beweg dich! Mach das Tor auf! Vorsicht! In der da! Alles okay! Das gibt's doch nicht! Oh, die füsten mich so... Nein, das gibt's nicht raus, das gibt's nicht raus! Oh, das gibt's nicht raus! Los, 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 die Treppe rauf! Scheiße, Mann! Könnte fast meinen, wir werden Freunde. Oh, was? Jupp. Keine Sorge, wir schaffen's. Eher nicht! Nein, auf keinen Fall! Wir haben keine Wahlen! Komm, Jeff! Okay, du hast es versucht, aber er kann nicht mehr weiter. Wir können ihn hier nicht sterben lassen. Er ist schon so gut wie tot, und wir auch, wenn wir jetzt nicht gehen. Dann geht! Ja, niemand hält dich auf. Chloe! Ich hab nur versucht, dich zu retten, du Idiot! Chloe? Was soll das? Sorry. Waffen runter. Auf der Stelle. Bringt sie raus. Sie ist verletzt. Bringt sie zum Zug. Unglaublich. Du kannst es einfach nicht lassen. Dann sind wir jetzt wohl quitt. Nicht ganz. Das ist also dieser Drake. Habt ihr ihn hierher getragen, aus dem Tempel? Schade. Nein! Jetzt, sag dir mir, was habt ihr gefunden im Tempel? Die Antwort, nach der du suchst. Okay? Ich weiß, wo der Stein ist. Aber du findest ihn nicht ohne mich. Also, lass sie gehen. Dann führe ich dich zu ihm. Ah, mein Schatten. Du bist die Reporterin, die mich verfolgt. Du solltest beten, dass er nicht blafft. Du such ihn. Na, komm. Du hast wohl keine Verhandlungsgrundlage, Drake. Zurück zum Sammelplatz. Wir brechen gleich auf. Du, kommst mit mir. Du. Kümmer dich auf sie. Kein Problem. Und du arbeitest für das Monster. Ist besser als gegen ihn. Das war's dann wohl, hm? Du knallst uns jetzt einfach so ab, oder was? Sieht ganz so aus, oder? Steh auf. Ich sag, steh auf! Oh, Helena? Oh, Mist! Oh, da hätte ich nicht so unterspringen können. Zu spät, zehn Stangen. Oh, 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 oh. Schnell! Los, hier hoch! Was machst du denn los jetzt? Ich hab's noch nicht mehr. Helena, komm, du musst springen! Ich hab's nicht. Los! Hier rein! Runter! Alles klar? Ja. Wink jetzt prächtig. Und bei dir? Nur ein paar Schrammen. Okay. Ah. Oh, Mist. Ich glaub, sie sind weg. Ich hätte dich da nicht mit reinziehen dürfen. Hast du nicht. Das war ich ganz allein. Nein. Ich mein, naja, das ist alles hier. Wir wussten, was auf uns zukommt. Okay, also, was machen wir jetzt? Ich gehe hier nach. Hm. Das war ja klar. Typisch. Hier nachgehen. Flynn hat was von einem Zug gesagt. Das heißt, sie haben sie zum Bahnhof gebracht. Hier. Müsste da drüben sein. Hinter dem Wasserturm dort. Nate, sie hat auf uns gezielt. Ich weiß. Und sie hätte fast auch abgedrückt. Die anderen waren bloß schneller. Es ist kompliziert. Ja, bestimmt. Flynn wusste, dass sie bei mir war. Weißt du, was passiert, wenn Lazarewitsch merkt, dass sie ihn getäuscht hat? Ja, das weiß ich nur zu gut. Dann weißt du auch, dass ich keine andere Wahl habe. Die Gandruven-Ehre, was? Ja, so in der Art. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich habe keinen blassen Schimmers. Ah, wie schön, dass sich manche Dinge nie ändern. Okay, gehen wir. Was? Oh, nein, 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 nein. Du kommst nicht mit. Nate. Hör auf. Okay? Wir müssen einen Zug kriegen. Na gut, den Zug werden wir aber das nächste Mal kriegen. Ich bin auf fahren gehen und macht das gut. Bis dann. Ciao und baba. .